Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute die Demo zum Mickey Mouse Clubhouse von Playdoh. Super, dass ihr bei der heutigen Demo wieder dabei seid. Ihr seht jetzt, was für coole Sachen wir aus dem Mickey Mouse Clubhouse alles kneten werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Soviel zum Mickey Mouse Clubhouse. Mit Hilfe der Werkzeuge konnten wir hier zum Beispiel Mickey Mouse auspressen. Oder auch kleine Herzen ausstechen. Oder auch kleine Herzen ausstechen. Bis zum nächsten Mal.